hallo und herzlich willkommen zur stromgarage heute nur ein ganz kurzes video aber ich musste das jetzt unbedingt machen weil ich habe gestern einen podcast gesehen auf youtube also mit bild das war der podcast third row oder so und ich linke euch das natürlich unten rein der ist ziemlich lang sind irgendwie zwei stunden oder so und das war eine ganz skurrile situation also ich habe angefangen das zu gucken und dann war da der galilea russell von hyperchange und noch so ein paar andere youtuber die ich ehrlich gesagt so noch gar nicht kannte und eben auch dieser vom podcast und es war in so einer art wohnzimmersituation die saßen an einem runden tisch und dann wurden die der reihe nach irgendwie gezeigt ja und dann sitzt da elon musk also mr tesla himself und ich habe gedacht ich sehe nicht richtig also der sitzt da mit denen im wohnzimmer irgendwie am tisch und die haben halt ja haben dann diesen podcast aufgenommen oder halt das video also es war auch mit bild und also insgesamt eine total seltsame situation fand ich irgendwie aber super cool also alles super entspannt und die die folge war auch übertitelt mit elons story also da ging es dann hauptsächlich darum noch mal aufzuarbeiten oder die haben wir noch mal gefragt dass er erzählen soll wie er so dazu gekommen ist wo er ist und und wie die vergangenheit war war aber insgesamt alles sehr redundant mit dem buch von ashley vance also dieser biografie von elon musk die haben ja bestimmt viele auch schon gelesen oder halt angehört im tesla und also die meisten sachen die da gesagt wurden kannte ich schon so aber es gab eine stelle die wirklich super super spannend war und wo auch wirklich was neues rausgekommen ist und zwar ging das los ab minute 29 und 27 sekunden da kam er so ein bisschen darauf zu sprechen dass er ja schon also als er in stanford war an dieser sache mit den ultra ultra kondensatoren geforscht hat oder da hat sein phd zu schreiben wollte was er dann letzten endes nicht gemacht hat weil er dann eher diese internetschiene reingegangen ist ja die fans von ihr wisst es alles und sind so eben auf diese ultra kondensatoren gekommen dass er quasi dieses klassische also die klassische art der kondensatoren diese gewickelten dinge halt auf quasi auf chip level bringen wollte also mit der technologie wie auch computer chips quasi hergestellt werden also wirklich im bereich von atomen von der genauigkeit und so eben einen super guten und und mit hoher energiedichte halt so einen kondensator herstellen wollte und haben da ein bisschen darüber gesprochen und dann fragt so ein mädchen oder eine frau now is it off the table also ist es vom tisch diese kondensatoren sache und der elon sagt dann ganz trocken ja it's not necessary also es ist nicht notwendig und ja dann muss da kurz lachen so wahrscheinlich hat er sich selber so ein bisschen darüber gewundert was er da gerade rausgelassen hat und dann hat er noch danach noch gesagt ja es wäre vielleicht möglich das so zu machen wie ich es damals vorhatte aber es ist nicht notwendig so und da steckt jetzt relativ viel drin also viele die auch diese diesen kauf von von maxwell technologies also von der firma die auch eben ultra kondensatoren hergestellt hat also eine der kern kompetenzen von diesem unternehmen waren eben ultra kondensatoren und viele haben eben gedacht dass dann jetzt demnächst ein tesla kommt der aus als hybrid aus diesen ultra kondensatoren und herkömmlichen lithium-ion akkus sein wird um einfach zum beispiel beim bremsen relativ viel energie quasi aufzunehmen sehr schnell und auch zum beispiel beim beschleunigen halt das ganze schnell wieder raus zu geben und ja mit diesem satz hat er das im prinzip alles mal kurz vom tisch gewischt hat gesagt nee also kondensatoren werden nichts zum einsatz kommen zumindest nicht in nächster zeit und dann ging es noch so ein bisschen weiter also müssen noch ein bisschen weiter gucken und dann hat er noch gesagt hat einer aus dem also von den anderen leuten noch gesagt ja die db technology also dry battery electrode das ist eben diese trockene elektrode die auch maxwell entwickelt hat wo man eben nicht mehr diese paste aufträgt mit lösungsmittel die dann im ofen getrocknet werden muss sondern eben das ganze trocken machen kann und das da einfach irgendwie drauf kleben oder rollen wie auch immer und das spart einfach sehr viel kosten das erhöht die energiedichte und man kann sehr viel produktionsfläche sparen so und das hat dann jemand gesagt weil das wissen wir ja auch alle das kam ja auch schon in dieser präsentation raus und ja dann hat er musste so ein bisschen schmunzeln und hat dann gesagt ja das ist eine von vielen technologien die wir von maxwell quasi durch diesen kauf abgezogen haben und also bunch of other technologies also das ist wirklich dieser eine satz wieder extrem interessant extrem wichtig also es ist nicht nur diese db sache sondern da kommen von maxwell einfach noch also er hat mehrfach gesagt auch many other other things also dass da noch viele andere dinge sind die wir noch gar nicht kennen also wir die community und hat er noch so gesagt ja wir müssen noch warten bis zum battery day in a few months also er hat auch noch mal gesagt der battery day kommt in ein paar monaten und da wird dann eben genau das also genau diese ganzen zusatz technologien von maxwell noch mal präsentiert da wird dann wahrscheinlich auch so eine roadmap abgegeben ab wann jetzt welche technologien dann wirklich in die serie kommen und also da wirklich da bin ich echt hängen geblieben also insgesamt wirklich ein geiles video dauert zwei stunden 15 oder so guckt euch das mal an wenn ihr zeit dafür habt super interessant aber wirklich die die kernaussage von diesem ganzen ding war irgendwie eine minute halt ab ungefähr einer halben stunde und da geht es wirklich ans eingemachte und da hat er echt was rausgelassen was sonst so noch keiner wusste und das finde ich schon wirklich spannend dass wir jetzt noch mal so eine kleine information kriegen dass eben die kondensatoren wahrscheinlich keine entwendung finden und dass sie eben nicht notwendig sind das heißt dass die neuen lithium-ion akkus die da jetzt dann irgendwie mit dieser macro technologie auf den markt kommen von tesla so gut sein werden in bezug auf ladegeschwindigkeit leistungsentnahme und haltbarkeit dass es einfach nicht notwendig ist diese kondensatoren noch mit einzubauen um halt den stress von dem lithium-ion akku wegzuhalten also das fand ich wirklich interessant wie gesagt das nur ein ganz kurzes video ich das ist jetzt auch gleich zu ende ich wollte euch einfach nur darauf hinweisen weil das sicherlich nicht jeder mitgekriegt hat und auch nicht jeder hat so ein zwei stunden podcast sich reinzieht wo im prinzip die meisten informationen schon lange bekannt sind seit dem buch von ashley vance oder in vielen anderen interviews kennen das die wahren fans kennen diese ganzen informationen schon so das wollte ich euch nur kurz sagen das war es jetzt auch schon ein kurzes video wenn es euch gefallen hat gebt mir daumen hoch guckt euch den podcast an ganz wichtig lasst mir ein abo da und fahrt elektrisch